Es tut mir leid, dass ich mich wie eine Fremde in der eigenen Familie fühle. Meine Mutter ist nicht die Irre und diese Reise hat es nicht einfacher gemacht. Mama ist tot! Und du machst hier auf Naturkur? Es tut mir leid. Um zwei Uhr in der Nacht rief mich mal eine Hebamme an. Olga hieß sie. Baby kommt. Also wie immer. Jede Nacht dasselbe. Babys kommen immer mitten in der Nacht zur Welt. Worauf bist du eigentlich so stolz? Was tust du die ganze Zeit? Du glaubst du ein bisschen was Besseres? Ich möchte wissen. Aber nichts kommt. Und trotzdem höre ich die Antwort. Sie sprechen mit mir, obwohl sie alles verbergen möchten. Ich höre alles, auch wenn sie nichts sagen. Und? Baby Sarah Kali! Wir packen das schon. Ronny Power! Ja! Sie können uns hier nicht festhalten. Ich kann diese Luft hier nicht mehr atmen. Das ist unsere Familie. Das sind unsere Leute. Ich bin dein Mann. Ich liebe dich. Ich habe ja das Gefühl, ich hätte all das erlebt. Obwohl ich gar nicht da war. Warum? Mein Mann. Untertitelung. BR 2018